Spüren wir noch mal ein bisschen Minecraft zum Abend. Zack, 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 zack. Ich brauche aber nicht lang heute. Nur ein bisschen. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, ich wollte das hier alles ein bisschen bearbeiten. Okay. Äh, dafür würde ich erstmal runtergehen. Erstmal runtergehen und ein bisschen, ähm, Kohle rummachen. Ich glaube, Kohle haben wir eben aus. Auto Kohle haben wir gar nicht mal so wenig. Für Eisen, Eisen haben wir aber nicht so viel. Ich würde sagen, meinen waren zumindest so ein bisschen, ne? Die Eisen-PX ist fast down. Na, wo meinst du? Die gehen wieder noch rum. Ach ja, ach ja. Ja, ach ja. Ach ja. Ja, ach ja. Und irgendwas genau so. So. Dann. Wir haben noch elf, smooth, song. Das ist richtig, ja. Machen wir mal ganz viele Fackeln. Die schöne Musik. Was ist denn alles in der Kiste? Hauen wir was. Ich würde mal ganz kurz... Noch ein bisschen mehr Pisten machen. Drei Stück. Zack, zack. Ich möchte die alle aufmachen. Tatsache. Aber ich würde daraus gerne eine Double Chest machen. Ja, so. Ah, guck mal. Sehr schön. Eieieiei, hab ich das nicht sortiert hier. Wenn wir auch noch ganz kurz erstmal eine neue Pickaxe machen. Äh, auch eine aus Stein. So, so. Und machen wir eine Schaufel aus Stein. Ja. Dann kommt hier erstmal alles rein, was ich gerade nicht brauche. Das wäre das, 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 das. Oh, Sandstone. Das, das. So, also, ich würde jetzt ein bisschen... ...weil uns draus machen. Der Sand kann hier rein. Dino Light and the Side. Und die Scherz brauche ich gerade auch nicht. Okay. Denn ich möchte ein bisschen meinen. Ich würde auch versuchen, den Ton erstmal hier schöner zu machen, ne? Ja, das bräuchte ich auch Stein. Okay. Nicht das, was wir unternehmen hier. Ich muss leider eh wahrscheinlich eine neue Welt machen mit dem neuen Minecraft-Patch. Da der, äh, relativ groß ist und viel ändert. Oh, etwa richtig, so. Äh, willst du auch aufhören lassen? Das aktualisiert, aber gerade sehr langsam. Nervt ein bisschen. Äh, 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 aber hin. So. Mein Underground-Tapf würde ich doch gerne auch ein bisschen größer haben. Also erstmal hier. Hm, 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 hm. Ich möchte jetzt noch ein Hör machen, ne? Oh, ich kann sogar noch zwei Hör machen. Aha. Haben wir nämlich schon mal direkt Eisen gefunden. Hör machen wir mal vier an jeder Seite, ne? Kohle-Gedöns nehmen wir mit. Äh. So. Hm, 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 hm. Bling, bing. Eih, das ist aber auch schon wieder eine große Kohle-Ader hier. Hm, 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 hm. Und auch direkt in Eisen reingemündet. Aber leider nicht so viel. Drei Stück? Vier Stück? Uh, guck mal. Aha. Ist doch gar nicht mal so wenig. Hm, 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 hm. Na? Ist ja schon. Äh. Wiederschön alles so machen hier. So. Hm, 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 hm. Schon ein bisschen entspannen, noch ein bisschen Minecraft. Spät am Abend. Hm, hm, hm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, 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 ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hiermit. Äh, äh, machen wir das. Da muss ich wahrscheinlich eh lang nachher. Das heißt, was um hier zu zack. Ich glaube, ich habe nicht genug Koppel, um das hier alles auszukleiden, oder? Nicht wahrnsatzweise. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, und sechs. So ist es richtig, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr schön. Das heißt, wir haben insgesamt sechs plus sechs sind zwölf, plus die beiden hier sind vierzehn. Das heißt, also, ich würde jetzt auch 14 hier lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, noch mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, und vierzehn. Richtig, gucken wir nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, und vierzehn. Sehr schön. Dann, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, und vierzehn, und dann hier lang. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, und da ist die vierzehn. Sehr, sehr, sehr schön. Gut. Dann, äh, ne? Bauen wir das Ganze hier unten mal schön ab. Ui, 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 der Cave-Sound. Das ist immer nicht, äh, nicht schön zu hören. Piece of candy. Okay. Zack, 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 zack. Hm, hm, hm. Oh, nein, noch ein bisschen Eisen. Da. Okay. Weiter. Ah, ja. Minecraft ist schon ein bisschen, ein bisschen sehr entspannend, ne? Also früher, ich, ich hab ja, also Minecraft war auch so mit einem meiner Jugend, Jugend, äh, Zeitspiegel, sag ich mal, so in der Kindheit war es, er Crash Bandicoot und, äh, Zelda und Smash Bros. und sowas, ähm, oder Mario auch. Ah, Minecraft war, äh, waren so die, äh, Minecraft war so das Spiel, was ich, ähm, bei meiner Jugendzeit so ein bisschen viel gespielt habe. Also ich hab aber nie, ich wollte nie so die schönsten Sachen machen, ich wollte immer so ein Gruß, so große Sachen machen. Da war es mir auch egal, ob die am Ende, im Endeffekt nicht so schön aussehen. Ich wollte immer, ähm, also, ich sag mal, so die größten Sachen, die ich damals gebaut habe, waren einmal als, ähm, Glowstone released wurde, habe ich ein Glowstone Sandstone Castle. Ich glaub, Sandstone wurde auch zu der Zeit released, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Glowstone gerade erst rausgekommen ist, als ich dann mein Sand Castle gebaut habe. Äh, das war alles aus Sandstone, und, ähm, es hatte vier Ecken und in den vier Ecken gab es riesige Türme aus Glowstone. Sah das schön aus von außen, super groß, super heftig, hat auch sehr viel Materialien gekostet, ähm, aber ich hab die Inneneinrichtung nie gemacht, weil ich dann irgendwann aufgehört habe zu spielen. Ähm, ich glaub auch, einer der Gründe, warum ich dann aufgehört habe, war, weil ich zu, also, ich hatte keine Ahnung, wie ich die Inneneinrichtung machen soll, dass es schön aussieht. Der ganze Kram war nicht mal wirklich ausgläubt, das heißt, dann haben wir noch richtig viele Mobs gespawned. Ähm, ähm, wie. Und ja, da wusste ich dann nicht, wie ich da weitermachen sollte, als jugendlicher Pimpf. Aber es sah von außen sehr, 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 sehr geil aus. Ähm, noch eine Sache, die ich gemacht habe, die hab ich, glaub ich, auch zu Ende geführt, also zumindest so richtig, wie ich wollte, war ein riesiger Mining-Shaft. Der war auch einfach riesig. Dann, ich glaub, vor vier Jahren, drei, vier Jahren, hab ich nochmal Minecraft gespielt mit Lennart. Ähm, da hab ich sogar gar nicht mal so schlechte Sachen, Sachen gebaut. Also, ich hab, ähm, sag mal, ein japanisch angehauchtes, ähm, Holzhaus gebaut, mit, äh, so schön, so schönem Holzboden und all sowas. War auch gar nicht mal so schlecht. Da hab ich mir auch ein bisschen weniger vorgenommen, das war jetzt nicht so groß. Da konnte ich auch die Inneneinrichtung schön machen. Und ja, na, lief. Ähm, so, unsere Spitzhagen sind alle kaputt. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Ich will schon wieder eine Viertelstunde, ich glaub's gar nicht. Die Kuhle haben wir eigentlich. Fasten-Stack, das ist sehr schön. Das heißt, wir können sehr viel in den Ofen tun. Äh, fünf. Mach mal, so. So. Zack, zack, zack. So, und, ne, und, so. Sehr schön. Äh, fucken hab ich noch genug. Das ist alles sehr schön hier, alles sehr gut. Ähm. Ich würde einmal wieder Bäume abbauen. Also, der Anfang hier von Minecraft, ne, da müsst ihr jetzt nicht viele von mir erwarten. Ich möchte erstmal so ein, so ein, so ein Grund, so ein Grundbedürfnis bauen und alles. Ich mach den Schmarrn mal weg. Äh, Zapplings hab ich nämlich noch ein paar. Ja, das trifft sich sehr gut. Die muss ich auch mal in der Brücke bauen, ne. Vielleicht bauen wir die noch heute. Wer weiß. Ich glaub, er nicht. Anni kommt auch noch irgendwann. Schöne ganze Oak-Holz. Ist ja nix mehr mehr. Fang schon die Blätter an zu despawnen. Komischerweise verbrauch ich sehr wenig Hunger. Also, das hab ich gar nicht mal so in Erinnerung. Ich hab ja auch schon Mobs gehört. Das heißt, ich bin auch nicht auf PS4. Aber ich verbrauch einfach wenig, äh, Hunger. Vielleicht verbrauch man auch bei meinen weniger Hunger, als ich dachte. Nur beim Rennen und, äh. Rennen und, äh, springen. Oder brauchen wir so viel. Zick. Ich glaub, wenn wir hier die Bäume auch alle gefällt haben, dann haben wir erstmal genug Holz für eine Zeit lang. Der hier muss noch. So. Zack. 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 Da eigentlich auch die Säplins an sich direkt dahin stellen können. Kann sein, dass ich jetzt auch ein bisschen, ähm, da ein Säplining gestellt habe, wo die Schafe einfach nur gegessen haben. Kann sehr gut sein. Oh, die haben Apfel, sehr schön. Äh, auch Säplining hier. Ja, komm. Komm, 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 komm. Na, hier von mir aus. So. Auch wieder ein Affe. Waren auch früher selten, hab ich irgendwie ein Gefühl gehabt. Komm, nicht. Also, mein Jan. Und jetzt auch noch mal einer gewachsen. Und, das kann ich da rein. Und, das kann ich da rein. Zack, zack, zack. Ähm, das kann ich da rein. Ein bisschen, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen jetzt echt mal die Brücke. Ähm, die Brücke will ich aber nicht aus Stein, die will ich komplett aus Holz haben. So, dann fangen wir mal an. Ich würde die vier breit machen. Das heißt, nochmal hier, 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 hier. Ich würde, ich würde den Dirtblock hier hin. Äh, kommt hier mal ein Sandblock. Der kommt dann hier runter. Dann sieht es wieder besser aus. Gucken wir mal. Sieht das schön aus. Das heißt, hier müsste das so hin. Okay, haben wir Dirt mit? Nein. Haben wir denn noch Dirt zu Hause? Dirt ist auch gar nicht mal so leicht zu finden, ja? Äh. Hm, 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 hm. Da hier alles unter Wasser ist. Ich überlege, ich überlege. Woher holen wir uns Dirt? Dirt. Das Stück nehmen wir mal mit. Äh, wie? So, Tropken. So, Tropken. So, da brauche ich jetzt auch nicht. Aber ich will den Kamin wegnehmen. Schnell wieder nach oben. Oh, hm. So. Na. immer noch die hier mit von dem berg haben wir erstmal dass wir uns hier so ein kleines pier machen ja 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 das ist echt ein bisschen suboptimal mit dem ganzen dort haben wir vielleicht hier noch eine ebene wo viel dort ist nicht wirklich das fängt direkt den stein an sonst wir können ja schon mal bauen dann machen wir den rest später oder wir können die fläche auch an sich ein bisschen offener ist auch nicht so schlecht hier würde ich gerne immer noch zwei blöcke die können dann erstmal so hin 1,2, 1,2 würde auch beide dinger hier in der fackel setzen und dann machen wir mal ein paar oh schlepps wie macht man mal zaubern machen wir mal zaubern machen wir mal zaubern ähhhhh Ah, was heißt das nochmal? Fens, ne? Ah, so. Ich möchte bitte so die Slaps hier, ja, so die Slaps, dann Platzholz, hier wieder Slaps drauf. Nee. So. 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 Und so. So. Und so. So. Lass mal alles weg hier. So. 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 Lass schlafen. So. 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 Dann suchen wir wieder nach Fens. So. 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 sieht das aus. So. ich das hier wegnehmen. so. 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 geht ihr beide auch noch. eine Stunde. vier. So. so. alt. so. 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 ist und. wie much remember Okay. điều ist 같습니다en also an ein bisschen couldbel so ein bisschen ver EN müssen praise spelling n Ich denke na ist nämlich auch ein bisschen das heißt nicht wahr hat neurologаров nicht erst ein bisschen zu her apple so ja jetzt schon ein bisschen zu weit und so so als nächstes würde ich einen reingehen wie machen wir das hier mit so einen reingehen das heißt hier in the side and the side eigentlich die uns nicht mehr benutzen ha 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 wie ich das also so 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 wie sieht das aus hier haben wir hier noch einer der hier muss noch weg ich hier 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 Das gefällt mir, das gefällt mir. Wir haben den noch. Das geht eigentlich, ne? Zack, zack. So. So. Den muss ich wegmachen. Hier machen wir ein Smoothing. Der kann weg. Der kann weg. 1, 2, 2, 3, 4. Ich fall mal runter. Ja, wir warten kurz, bis Nacht wird. Ja, komm. Oh, der kommt mir vor nicht in der Wand fest. Das ist auch schon mal ganz gut. Nein. Na, was? Moonstone. So, so, so. So. So, das haben wir. Gobble. Smooth. Der kann weg. Gobble, Gobble. Der kann weg. Gobble. 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 Gobble, 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 Gobble. Gobble, 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 Gobble zack einmal kurzen test sieht sehr gut aus ist genau der look für den ich gehen wollte sehr schön so und dann hier sechs dinge damit bin ich doch bin ich doch sehr zufrieden ist natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen dunkel aber da können wir natürlich schnell abhilfe schaffen indem wir einmal hier und hier richtig sehr schön da ist diese lichtbacken für mich überhaupt nicht aber immer zu euch machen so das und natürlich in den beiden ecken hier haben wir ja wir haben auch noch unsere o-glocks wollen wir es auch noch so aussehen lassen als ob das hier alles fest wäre ja ja bla 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 das gefällt mir sehr gut das gefällt mir jetzt sogar sehr 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 gut wie das ist ja ich kann mal auf holen gut dann würde ich sagen das war unsere heutige coolste partie minecraft wir sehen uns das nächste mal Bis dahin.